Es gibt eh keinen besseren Ort auf der Welt als hier. Karibik ist für Loser. Ist das der coolste Sommer aller Zeiten, oder was? Ich glaube, das ist ein Dinosaurierknochen. Wirklich. Zeigt mir doch mal, wo genau auf der Kaninchen-Isel ihr diesen Knochen gefunden habt. Bleibt es bei unserem Ziel, oder nicht? Ja. Natürlich. Gut da, Mann. Du willst Reporter sein? Reporter decken Schweinereien auf. Das Gigant-Hotel. Bis wir wirklich wissen, was los ist, unternimmt hier keiner was. Conny? Wir chillen, oder? Wenn ihr auf der Insel einen Dinosaurierknochen gefunden habt, dann kann er nicht einfach gebaut werden. Das können sie nicht machen! Komm zurück! Da sind Dinosaurierknochen drin! Millionen Jahre alt! Was?! Dann lauf doch weg, du Mädchen! Hier fliegt nämlich gleich alles in die Luft. Conny, es ist total okay, sich für was einzusetzen und eine Niederlage einzustecken. Shit! Aber es gibt keinen Grund aufzugeben, solange es noch Hoffnung gibt. Oh nein! Es ist viel zu gefährlich. Egal, es ist unsere einzigste Chance. Es ist einiger precision. Doch, es ist alles in die Entste. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020